Hallo YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play bzw. ersten Eindruck-Video der Zockstube. Heute auch eine Neuerscheinung. Sorts of Gargantua schaue ich mir mal an. Erster Eindruck von dem Spiel, von den Videos ist, es ist wahrscheinlich nicht mein Genre. Trotzdem möchte ich mir das gerne mal angucken, damit ihr eben die Möglichkeit habt zu entscheiden, ist das Spiel was für euch oder ist das nichts für euch. Alles weitere seht ihr gleich im Video. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert doch den Channel. Hier findet ihr eine große Auswahl inzwischen an Spieletests für die Oculus Quest und natürlich würde ich mich immer über ein Däumchen nach oben freuen. Und jetzt viel Spaß bei Sorts of Gargantua. So, da sind wir jetzt im Ladebildschirm von Sorts of Gargantua. Und ich habe eingangs schon gesagt, dass mich dieses Genre nicht so reizt. Das lege ich jetzt mal komplett ab und versuche euch das Spielerlebnis so nah wie möglich darzustellen. Es gibt ja viele von euch, die dann eben dieses Genre mögen. Von den drei Neuerscheinungen, die rausgekommen sind, ist mein Favorit auf jeden Fall The Wizards. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, müssen wir einfach mal gucken, wie dieses Spiel hier aussieht. Auf jeden Fall nochmal die Schlaufen festziehen, weil man ja ordentlich boxen muss wohl. Ich gucke auch nochmal, dass ich hier in der Mitte vom Spielbereich positioniert bin. Interior height. Ich bin... Hey, so groß bin ich nicht. Ja, komm, auf einen Zentimeter kommst du jetzt auch nicht. Ah ja, komm, so passt schon ungefähr. Left hand. Und das wählen wir mit der rechten Hand aus. Das ist unlogisch in sich, aber gut. Oh, das ist gruselig. Wow. Also ist anscheinend gar nicht so ein Mittelalter-Genre, sondern das sieht dann doch teilweise sehr futuristisch aus. Tolle Bilder. Das ist ja. Man, the creature man. Man's battle will be hard fought. The loss of life will be immeasurable. Lezerge. My name is Astraea. And with profound sadness in my heart, I have prayed for a weapon with which to fight. Man will be that weapon. A weapon to protect what life remains. A weapon to forge a new destiny. You who are without sin. You will be the weapon to destroy the Gargantua. Das ist Gargantua. Also bis jetzt Stimmung sehr, sehr cool. Auch mit dem Hintergrundgejodel. Erinnert mich so ein bisschen an Zelda. My name is Astraea. Astraea. Yes. Ja, das Schwert sieht nicht toll aus. There is no time to lose. For the time being, just focus on my voice. Ja, mache ich. Now, take your sword. Habe ich. Ach so, hier ist noch ein Schwert. Are you prepared to fight? Wield. Prepare to fight. Ist das da oben unser Gegner? Das ist Gargantua direkt, oder? Ja, ist das vielleicht für den ersten Kampf ein bisschen selftig? Oh. Oh. Sein Ernst? Ja. Das ist fair. Wow. 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 Was ist es? Was ist denn meine Schwerte? Ist mein Schwert weg? Nein, ich will das tutorial nicht skippen. Wieso, wieso? nein ja das ist nett aber ich will jetzt weiß ich das ist auch aus entfernung maximal schön irgendwie ungewohnt dass man ist irgendwie ungewohnt so nach unten zu gucken und was zu sehen so also die ausdauer unseres schwerts ja der Schild war ganz wichtig gewesen gerade ja komm hier komm Junge 2 direkt wow das geht ja mich ja 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 und da vorne ist jetzt irgendeine Tafel man sieht auch seine Schultern okay das war dann wohl jetzt irgendwie das Tutorial ja ja ich habe schon ich habe schon bei verschiedenen YouTubern jetzt Videos hier zugesehen die gesagt haben wie realistisch der Schwertkampf ist ich muss sagen in Übereinstimmung mit der Prophezeiung geht mir das Spiel gerade ein bisschen auf die Nüsse ja 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 und noch ein Schwertkampf Oh. Alter. Ist der kaputt? Was soll das denn hier, Leute? Ja, also, ich sag mal so, wenn ihr auf so weit steht hier gerade, dann ist das genau euer Spiel und dann... Ich hab so das Bedürfnis, euch noch mehr von dem Spiel zu zeigen, aber... Aber nein. Ja, es ist ein Spiel, in dem es um Schwertkampf geht. Es ist ein Spiel, was nicht unbedingt schlecht aussieht, was nicht schlecht funktioniert vom Tracking, was nicht schlecht funktioniert von der Spielmechanik. Was ich aber echt nicht gut finde und euch ernsthaft... Ich weiß nicht, also, wenn ihr Bock habt auf Schwertkämpfe, dann ist das genau euer Spiel und ich bin kein Fan von Schwertkämpfen. Deswegen hab ich dieses Spiel tatsächlich hier nur gereviewt, um euch mal einen Eindruck zu vermitteln und euch zu sagen, dass dieses Spiel einfach nichts für mich ist. Also, selbst wenn... Also, ich würde auch davon absehen, weitere Inhalte hiervon auf dem Channel zu bringen. Aber neues Spiel, ihr wollt wissen, wie sieht das aus, wie spielt es sich? Jetzt habt ihr gesehen, es ist Schwert mit Schild-Verteidigungsmechanik. Aber ich kann echt nicht mehr, ich kann echt nicht mehr. Deswegen, ich hoffe, ihr habt jetzt auch einen ausreichenden Eindruck bekommen und ich spiele jetzt lieber was, was mir Spaß macht. Schön, dass ihr dabei wart. Das war die Neuerscheinung Swords of Gargantua. Ich hoffe, euch hat das Video einen ganz guten ersten Eindruck vermitteln können. Wie gesagt, mein Genre ist es nicht wirklich, aber so ist das manchmal. Der eine steht auf das, der andere steht auf das. Ich wollte euch gerne dieses Spiel zeigen und ja, hab das in dem Video getan. Hoffe, ihr hattet Spaß und lasst ein Däumchen oben da. Bis zum nächsten Video der Zockstube. Bis zum nächsten Video.